Musik Willkommen bei stubaibergsport.tv Wir zeigen dir die Montage des neuen Stuba-Stickhorn Universal-Antistoll-Systems. Du kannst unser Stuba-Stickhorn-System auf jedes beliebige Steigeisen anpassen. Unser Prachtstick aus den 50ern tritt den Beweis an. Beginne mit Papier und Bleistift und fertige damit eine passgenaue Schablone an. Durch Umklappen kannst du die zweite Seite des Steigeisen leicht auf das Blatt Papier übertragen. Zeichne nun die zweite Hälfte des Steigeisen nach und schneide danach dementsprechend aus. Kontrolliere immer wieder die optimale Bassform und bessere gegebenenfalls entsprechend nach. Speziell bei den Zacken und beim Verbindungssteak genau arbeiten. Musik Die fertige Papierschablone wird nun auf die Klebeschutzfolie der Stick-On aufgeklebt. Die sind nicht wie im Video auf die schneeabbeißende Seite. Nun der Schablone nach ausschneiden und dafür am besten eine Schere und ein scharfes Cuttermesser verwenden. Musik Pertig ist unser Stuba-Stick-On-Universal-Rolling. Musik Kurz überprüfen wir unser Werk erneut auf Passform, dann erst ziehen wir die Klebeschutzfolie ab, um mit dem endgültigen Bekleben zu beginnen. Musik Drücken Sie die zwei Klebeflächen in der Mitte Ihres Steigeisens sorgsam aneinander. Die Haltekraft des Stuba-Stick-On-Systems wird durch den Kontakt der zwei Klebeflächen aneinander gewährleistet. Musik Fertig ist unser Meisterwerk. So schnell und einfach lässt sich unser geniales Stuba-Stick-On-System auf beinahe jedes Steigeisen anpassen. Egal ob ein älteres Stuba-Modell oder ein aktuelles eines anderen Herstellers. Servus und bergheil, euer Stuba-Bergsport-TV. Musik 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 Musik